Warum ein Roadtrip durch die EU einzigartig ist Roadtrip in Europa Reisen mit dem Auto innerhalb der EU Citytrips, Camping, Landschaft, Rundfahrt mit dem Pkw, romantische Städte und Urlaubsinspiration Mehr im Buch auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Warum ein Roadtrip durch die EU einzigartig ist Entdecke Europa auf vier Rädern Ein Roadtrip durch die Europäische Union ist eine unvergleichliche Möglichkeit, die Vielfalt dieses faszinierenden Kontinents auf eigene Faust zu erleben Während man von Land zu Land reist, eröffnet sich eine Welt voller kultureller Schätze beeindruckender Landschaften und historischer Städte, die alle bequem mit dem Auto erreichbar sind Auf einem Roadtrip durch Europa genießt du nicht nur die Freiheit, deine Route flexibel zu gestalten sondern kannst auch spontane Abstecher in entlegene Dörfer machen die abseits der üblichen Touristenpfade liegen In diesem Text erhältst du Tipps, Tricks und Ideen, um deinen Roadtrip unvergesslich zu gestalten Flexibilität und Freiheit auf deinem Roadtrip Einer der größten Vorteile eines Roadtrips durch die EU ist die grenzenlose Flexibilität Anders als bei organisierten Reisen oder bei der Nutzung von Flug- und Bahnverbindungen kannst du deinen Reiseplan selbst gestalten und jederzeit ändern Einmal in die Unabhängigkeit gestartet, wirst du feststellen, wie befreiend es ist, die Geschwindigkeit zu drosseln, wann immer ein spektakulärer Aussichtspunkt auftaucht oder ganz spontan einen zusätzlichen Tag in einer besonders charmanten Stadt zu verbringen Flexibilität auf der Route Durch das dicht vernetzte Autobahn- und Straßennetz der EU hast du die Möglichkeit, auf Hauptverkehrsstraßen schnell von Ort zu Ort zu reisen oder kleine Landstraßen zu wählen, die dich durch malerische Gegenden führen Grenzenloses Reisen Dank des Schengen-Raums entfällt an den meisten Binnengrenzen der EU die Passkontrolle Dies ermöglicht eine ungestörte Reiseerfahrung, bei der du nicht durch Grenzkontrollen aufgehalten wirst und du dich frei von einem Land ins nächste bewegen kannst Unabhängigkeit von festen Zeitplänen Du entscheidest, wie lange du an einem Ort verweilen möchtest und wann du weiterfährst Diese Freiheit schenkt dir ein tieferes Eintauchen in die lokalen Kulturen und erlaubt es dir, die Dinge in deinem eigenen Tempo zu erleben Faszinierende Vielfalt der Landschaften Die Natur in Europa ist unglaublich abwechslungsreich und reicht von endlosen Stränden und felsigen Küsten bis hin zu alpinen Gipfeln und dichten Wäldern Ein Roadtrip bietet dir die perfekte Gelegenheit, diese Vielfalt hautnah zu erleben Jeder Kilometer bringt dich in eine neue Landschaft und das macht jede Etappe deines Roadtrips zu einem spannenden Erlebnis Küstenstraßen und Strände Von den rauen Klippen und Sandstränden im Westen bis hin zu den endlosen Küstenlinien des Mittelmeers gibt es in Europa zahlreiche malerische Küstenstraßen Genieße das Meeresrauschen, während du durch charmante Küstendörfer fährst und versteckte Badebuchten entdeckst Gebirgspanoramen und Nationalparks Die Alpen, Pyrenäen, Karpaten und andere Gebirge bieten spektakuläre Kulissen und laden zu Wanderungen oder gemütlichen Pausen an Aussichtspunkten ein Nationalparks mit ihren unberührten Landschaften laden zu einer Rast ein und lassen dich die Natur auf eine besonders intensive Weise genießen Wein- und Hügellandschaften Europa beherbergt berühmte Weinregionen, die sich durch sanfte Hügel und charmante Dörfer auszeichnen Ein Roadtrip durch diese Gebiete gibt dir die Möglichkeit, Weingüter zu besuchen, lokale Spezialitäten zu probieren und die Schönheit der Natur zu bewundern Kulturelle Schätze und historische Städte Ein Roadtrip durch Europa ist auch eine Reise durch die Geschichte Die EU ist geprägt von einer langen kulturellen und historischen Entwicklung Und in fast jeder Stadt warten beeindruckende architektonische Meisterwerke und historische Städten darauf, entdeckt zu werden Mittelalterliche Dörfer und Städte Europa ist voller malerischer Orte, in denen sich das Mittelalter noch in den engen Gassen und imposanten Burgen widerspiegelt Diese Orte versetzen dich in vergangene Zeiten und lassen dich Geschichte hautnah erleben Moderne Metropolen mit historischem Charme Großstädte in Europa bieten eine faszinierende Mischung aus historischen Gebäuden und moderner Architektur Ein Roadtrip ermöglicht es dir, die schönsten Orte jeder Stadt zu entdecken Vom historischen Stadtkern bis zu modernen Kunstgalerien und trendigen Cafés Vielfältige Museen und Sehenswürdigkeiten Dank der hohen kulturellen Dichte in Europa findest du in fast jeder Stadt Museen, die Kunstwerke von Weltrang und lokale Kulturschätze präsentieren Viele Museen bieten spezielle Audioguides und interaktive Ausstellungen an, die einen tiefen Einblick in die Geschichte und Kultur des Landes ermöglichen Praktische Tipps und Tricks für einen erfolgreichen Roadtrip Ein Roadtrip durch die EU erfordert eine gewisse Vorbereitung, um sicherzustellen, dass du die Reise ohne größere Zwischenfälle genießen kannst Hier sind einige praktische Tipps, die dir helfen, deinen Roadtrip optimal zu gestalten Reisepass und Fahrzeugdokumente Auch wenn viele Länder in der EU keine Passkontrollen mehr durchführen, ist es wichtig, stets einen gültigen Reisepass oder Personalausweis mitzuführen Zusätzlich sollten alle Fahrzeugdokumente wie die Zulassung und Versicherungspapiere griffbereit sein Navigationssystem und Offline-Karten Ein gutes Navigationssystem oder eine App für Offline-Karten kann besonders nützlich sein, wenn du abgelegene Gegenden erkundest oder das Mobilfunksignal schwach ist Regionale Verkehrsregeln kennen In jedem Land gelten unterschiedliche Verkehrsregeln, wie etwa Tempolimits, Mautregelungen und die Pflicht für bestimmte Ausrüstungen im Auto Informiere dich vorab über die Regeln in den Ländern, die du bereisen möchtest, um böse Überraschungen zu vermeiden Packliste für alle Eventualitäten Ein Roadtrip erfordert oft eine etwas andere Packliste als ein klassischer Urlaub Denke an eine bequeme Reiseausstattung, eine Notfallapotheke, Snacks für unterwegs und an Wechselkleidung, die sowohl für heiße Sommertage als auch für kühle Nächte geeignet ist Tipps für die Übernachtung und Essensstops Ein wichtiger Bestandteil eines Roadtrips ist die Auswahl der Übernachtungsmöglichkeiten und Essensstops Ein Roadtrip durch Europa bietet hier eine Vielzahl an Optionen, die es dir ermöglichen, deine Übernachtungen flexibel und abwechslungsreich zu gestalten Übernachtung in Hostels und kleinen Pensionen Eine günstige und gleichzeitig authentische Möglichkeit, in kleinen Ortschaften zu übernachten, ist die Wahl von lokalen Hostels oder Pensionen Hier bekommst du oft einen Einblick in die regionale Kultur und kommst leicht mit Einheimischen ins Gespräch Essensstops in lokalen Restaurants und Bistros Anstatt große Ketten zu bevorzugen, lohnt es sich, kleine Restaurants oder traditionelle Gasthäuser aufzusuchen, die lokale Spezialitäten anbieten Diese Essensstops bieten dir die Möglichkeit, die kulinarische Vielfalt Europas zu entdecken und neue Geschmacksrichtungen kennenzulernen Camping als flexible Alternative Wenn du gerne in der Natur bist, bietet sich Camping als flexible Alternative an Zahlreiche Campingplätze in Europa sind gut ausgestattet und bieten dir die Möglichkeit, direkt in der Natur zu übernachten, ohne dass du große Umwege machen musst Saisonale Besonderheiten und Events Europa bietet das ganze Jahr über unterschiedliche Erlebnisse und saisonale Veranstaltungen, die deinen Roadtrip zu einem noch einzigartigeren Erlebnis machen können Jede Jahreszeit hat ihre eigenen Besonderheiten und lockt mit verschiedenen Veranstaltungen, die du während deines Roadtrips erleben kannst Frühlingsblüte und Blumenfeste Der Frühling ist ideal, um die farbenfrohe Blütenpracht in vielen europäischen Ländern zu erleben Es gibt verschiedene Blumenfeste und Märkte, die zu einem Besuch einladen und an denen du wunderschöne, blühende Gärten besichtigen kannst Sommerliche Open-Air-Festivals In den Sommermonaten locken viele europäische Städte mit Open-Air-Festivals, die Musik, Kunst und Kultur zelebrieren Ein Roadtrip im Sommer ermöglicht es dir, verschiedene Festivals in verschiedenen Ländern zu besuchen und so die kulturelle Vielfalt Europas zu genießen Herbstliche Weinlese und kulinarische Märkte Der Herbst ist die Zeit der Weinlese und kulinarischer Märkte in Europa Ein Roadtrip durch Weinregionen bietet dir die Gelegenheit, an Weinverkostungen teilzunehmen und regionale Produkte zu genießen Winterliche Weihnachtsmärkte und verschneite Landschaften Im Winter verzaubern Weihnachtsmärkte in vielen europäischen Städten mit ihrer festlichen Atmosphäre Verschneite Landschaften und gemütliche Bergdörfer machen die kalte Jahreszeit zu einer magischen Zeit für einen Roadtrip Ein Roadtrip durch die EU bietet dir die Freiheit, die Vielfalt Europas in deinem eigenen Tempo zu entdecken und dabei deine eigenen Prioritäten zu setzen Mehr im Buch, Roadtrip in Europa, Reisen mit dem Auto innerhalb der EU, City Trips, Camping, Landschaft, Rundfahrt mit dem PKW, romantische Städte und Urlaubsinspiration auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst Dein Feedback hilft nicht nur dabei, diesen Podcast zu verbessern, sondern unterstützt auch, dass noch mehr Menschen auf ihn aufmerksam werden Wenn du auf YouTube zuhörst, vergiss nicht, den Daumen hoch zu klicken und den Kanal zu abonnieren, um keine zukünftigen Folgen zu verpassen Dein Like zeigt mir, dass dir der Inhalt gefällt und motiviert mich, weiterhin interessante Themen für dich zu behandeln Auf Spotify, Apple Podcasts oder jeder anderen Plattform kannst du mich unterstützen, indem du mir folgst und eine positive Bewertung hinterlässt Jede Bewertung und jeder Kommentar sind Gold wert und helfen dabei, diese Community zu vergrößern Und falls du auf Social Media unterwegs bist, teile doch gerne diese Folge mit deinen Freunden oder in deiner Story Tagge mich, damit ich deine Posts sehe und wir uns auch dort vernetzen können Nochmals danke, dass du Teil dieser Podcast-Reise bist Bis zur nächsten Episode Mach's gut Und bleib inspiriert Ich bin